Wir als JBL, als Standort in Knettingen, stellen hauptsächlich für die Medizinbranche Teile her, CARPs und Tips für Labore. Ich bin Smerczan Kossak. Ich mache die Ausbildung als Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und Kautschuktechnik. Ich bin Leon Civek. Ich bin im zweiten Ausbildungslehrjahr. Ich bin Arzt erkrankt. Ich bin der Metinatzmann. Ich bin im dritten Ausbildungsjahr. Also im ersten Jahr geht man dann rüber zum Werkzeugbau und lernt die Grundkenntnisse für das Metall. Die Ausbildung ist so strukturiert, dass ich zweimal in der Woche in der Schule bin. Unser Beruf muss man halt viel im Team arbeiten. Wir helfen uns natürlich bei den Aufgaben auch noch. Wir sind alle, ich sag mal, wie so eine größere Familie hier. Dass ich einen sehr guten Ausbilder habe, dass ich auch mit einem guten Gewissen nach Hause gehen kann und was gelernt habe. Wenn dich die Ausbildung angesprochen hat, dann bewirb dich doch einfach bei uns und vielleicht sehen wir uns schon nächstes Jahr. Wir sind meus Abgeordnete. Wir sind die Ausbildung. Wir sind peach.